Wir sagen ja auch, Lachen ist gesund. Es gibt einen Grund dafür, einen biochemischen Grund, einen neurophysiologischen Grund. Wenn Sie lachen, dann heben Sie Ihren Mundwinkel und dann drückt ein Muskel auf einen Nerv in der Wange und dann weiß das Gehirn, der Gehirnbesitzer hat gelacht und produziert Freudehormone. Das ist der Mechanismus. Wenn Sie jetzt alleine sind und Sie merken, ich bin an der kritischen Marge, dann verziehen Sie sich wohin, wo Sie keiner sehen kann. Notfall schließen Sie sich auf Toilette ein und dann machen Sie 60 Sekunden den da. Das ist jetzt zunächst eine Grimasse, ist völlig klar. Sie fühlen sich ja nicht danach, macht aber nichts. Sie kommen sich also absolut blöde vor. Aber Sie kommen sich im Moment sowieso blöde vor, was soll's. Und wenn Sie 60 Sekunden das Halten drückt, hier der Muskel auf den Nerv. Das Gehirn glaubt, Sie seien am Lachen und produziert Freudehormone. Vera F. Birkenbiel als Coach. Ich durfte das ja noch persönlich erleben und habe so einige persönliche 1 zu 1 Sessions mit ihr erleben dürfen. Und lieber Klaus Bernhard, du warst schon mehrmals bei mir zu Gast, bist eigentlich bekannt als einer der großen Angsttherapeuten Deutschlands und hast dich jetzt befasst mit KI in der Therapie oder KI als Therapeuten. Und dabei eben auch Vera F. Birkenbiel versucht als KI-Therapeutin, als KI-Coach bauen zu lassen. Erzähl über deine Erfahrungen. Erzähl, wie funktioniert das? Kann ich jetzt mit Vera auch 1 zu 1 wieder chatten, obwohl sie schon seit Jahren tot ist? Noch geht's nicht sonderlich gut, aber es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage, weniger Monate, bis auch das möglich sein wird. Ich habe tatsächlich für mein neues Buch der KI-Therapeut 14 Monate lang getestet, wie kann man denn KI-Systeme nutzen, um sich von denen coachen zu lassen oder sogar Psychotherapie mit denen zu machen. Weil, dass das schon gemacht wird, ist offensichtlich. Und meine Frage war, haben die Leute denn das nötige Basiswissen, um überhaupt zu verstehen, ist der Rat gut, der da kommt, ist der schlecht? Wo sind die Fallstricke? Wo hat eine KI vielleicht auch noch blinde Flecken? Und wie kann ich die so optimieren? Was für Prompts, also was für Texteingaben muss ich da nutzen, dass ich vielleicht wirklich schon diese neue Technik so nutzen kann, dass ich mich richtig gut coachen lassen kann oder auch therapieren lassen kann und sicher bin, nicht auf schlechte Ratschläge reinzufallen. Und in dem Rahmen habe ich natürlich auch mal versucht, die Vera zu bauen, weil ich die sehr, sehr schätze und das klappte nicht so gut. Was erstaunlich gut geklappt hat, war Tony Robbins, den kann man also sehr gut nachsimulieren oder auch Dr. Joe Dispenza, das hat auch hervorragend geklappt. Da merkst du halt, das sind amerikanische Systeme, die den Markt noch dominieren und die da auch quasi die amerikanischen Helden sozusagen aus der Coaching-Szene sind dann natürlich schon sehr gut vertreten und schon sehr gut abgebildet. Und so jemand wie Vera, der kommt wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch dazu. Und du selber bildest ja auch Therapeuten und Therapeutinnen aus und die Frage natürlich, die sich jetzt vielleicht viele daheim stellen, ja kann ich dann früher oder später tatsächlich auf den Therapeuten verzichten und brauche dann nur mehr die KI? Und wieder andere sagen dann vielleicht, ja, aber gerade der menschliche Faktor ist ja der, der heilt. Diese Interaktion mit einem Menschen und wenn ich dann in Interaktion mit einem Computer gehe, dann wirkt es ja nicht so. Was sind da deine Zugänge, deine Erfahrungen? Da ist ja eine Vorannahme drin, nämlich die, dass ein Mensch grundsätzlich Supertherapie macht. Und es gibt super tolle Therapeuten da draußen, jede Menge und ich kenne auch persönlich sehr viele, die einen richtig guten Job machen. Es gibt aber leider auch ein paar Therapeuten da draußen, wo ich sage, mach doch bitte was anderes. Also, ich nenne dir nur ein Beispiel. Ich habe hier Geschichten erlebt, ich habe über 100 dokumentierte Fälle, alleine in meinen Patientenakten, wo Leute in der Psychotherapie waren, wo der Psychologe, der Psychotherapeut oder der Psychiater vor Ort die Patienten sofort auf Benzodiazepine gesetzt hat. Also sehr starke, abhängig machende Beruhigungsmittel und in über 100 Fällen sind sie nicht aufgeklärt worden, dass sie in die Abhängigkeit geführt werden. Und dann sind sie nach vier, sechs Wochen aus der Therapie raus und haben zu Hause gemeint, sie können ja wieder aufhören mit Medikamenten, wenn es einigermaßen besser geht. Und sind in einen solchen Entzug gekommen, hatten solche Ausfallerscheinungen, weil ihnen keiner gesagt hat, dass sie abhängig machende Medikamente nehmen. So, und wenn ich sage, ey, wenn schon so ein Mist da draußen mit Menschen passiert, so einen Blödsinn hat mir die KI auf keinen Fall erzählt. Oder anderes Beispiel, wir hatten, wir hatten eine Psychotherapeutin, ist mir berichtet worden von zwei Fällen, die ihre Patienten zur Teufelsaustreibung nach Polen geschickt hat. Die kam mit einer Angststörung und sie hat sie, hat dann ein Visitenkärtchen rüber geschoben und hat gesagt, sie können ihr nicht helfen, aber hier, das wäre die richtige Adresse. Dann habe ich erst mal recherchiert und bin fast zum Glauben abgefallen, dass es in Polen über 1200 Vollzeitexorzisten im Auftrag der katholischen Kirche gibt. Ich habe gedacht, leben wir noch im Mittelalter, also auch auf die Idee käme eine KI sicher nicht. Noch ein drittes Beispiel, ich habe mehrfach erlebt, dass Therapeuten junge Frauen mit Emetophobie, also mit der Angst vor dem Erbrechen, in die Konfrontationstherapie gezwungen haben und an den Bahnhof gegangen sind, um Erbrochenes zu suchen und sich das anzugucken. Wo ich sage, da kommt ein Gesunder schon nicht mit klar, wie kann ich dann, wie kann ich sowas mit einem kranken Menschen machen? Also die Vorannahme, dass grundsätzlich nur weil es ein Mensch macht, die Psychotherapie immer gut ist, die können wir mal schlicht knicken. Und insofern ist die Frage, wo kann denn eine KI helfen, wo ist sie nützlich und wo ergänzt sie den Menschen und wo muss man definitiv, Zucht zu Menschen? Es gibt ja alles drei. Ich habe ja auch in meinem Studium mich damit befasst, welche unterschiedlichen Therapieschulen es gibt. Also was wirkt, wofür, was ist überflüssig, was kann man sagen. Und mehr oder weniger am Ende ist rausgekommen, ein Großteil der heute von den Krankenkassen bezahlten Therapien ist wirkungslos beziehungsweise marginal wirksam. Das Einzige, wo es Nachweise gegeben hat, war die Hypnotherapie und Verhaltenstherapie irgendwie. Also jetzt ist dann die Frage, wie ist es dann bei KIs? Also würden die dann auch eher verhaltenstherapeutische Geschichten anleiten oder Hypnose kann der ja nicht machen, wenn es ein schriftlicher Therapeut wäre. Also was wäre dann da das oder was hast du für dich in der Recherche herausgefunden? Welche Methoden? Du bist ja auch selber als Therapeut tätig, verwendest viele Methoden, eben auch verhaltenstherapeutisch, Hypnose, NLP, unterschiedliche Zugänge, die du in deiner Methode anwendest. Wo siehst du da die Chancen, aber eben auch die Gefahren? Weil wenn solche Therapie-KIs programmiert oder gefüttert werden von den heutigen Schulen, wenn der dann junge Psychoanalyse macht oder so, dann weiß ich nicht. Also der große Vorteil ist erstmal, dass eine KI grundsätzlich auf alles psychotherapeutische Wissen da draußen zugreift, damit grundsätzlich immer gebildeter ist, was die Therapie-Methode betrifft, als irgendein menschlicher Therapeut. Weil sie quasi über alle Schulen ein umfassendes Wissen hat. Und ich kann dir sagen, mach mit mir KVT, also kognitive Verhaltenstherapie. Du kannst aber auch sagen, ich hätte es gerne ein bisschen provokativer. Nutze die Methode von Frank Farrelly oder nimm mehr den Sprachduktus von Milton H. Erickson, dem großen Hypnotherapeuten. All das geht, das kann sie auch wirklich sehr gut. Also ich kann mir maßgeschneidert die Therapie bauen, die mir gut tut, mit der ich vielleicht schon gute Erfahrungen gemacht habe, von der ich mehr möchte. Ich bin also nicht abhängig davon, was hat der Therapeut für einen Bildungsstand. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass du natürlich wissen solltest, wo hat die KI-Ribblenden Flecken. Weil auch die KI greift nur auf das Wissen im Netz zurück. Das, was am meisten publiziert ist, da wo die größte Dichte im Netz zu finden ist, da geht die KI davon aus, das ist das, was am besten wirkt. Und jetzt wissen wir beide, das stimmt so nicht. Zum Beispiel gibt es zigtausende, auch wahrscheinlich Millionen von Berichten, die alle sagen, nimm Antidepressiva, das hilft. So, nach neuesten Studien wissen wir aber, nein, es hilft nicht. Im Gegenteil, es sorgt dafür, dass du noch länger brauchst, um eine Angststörung loszuwerden, wenn du es unterstützend nimmst. So, aber da das Netz mehr voll davon ist, es hilft, weil man ja diesem Pharma-Märchen mehr oder weniger 60 Jahre lang geglaubt hat, ist das Netz voll davon. Und da zu wissen, okay, hier ist nicht die Masse des Wissens entscheidend, sondern das aktuellste Wissen. Und deswegen habe ich im Buch gesagt, das sind wirklich die letzten Stände der Wissenschaft und das sind auch die blinden Flecken, die eine KI hat. Ich habe sie quasi alle herausgefunden durch Tests. Und das Schöne ist, wenn du einer KI dann sagst, du, da habe ich ja was anderes gelesen, ich möchte bitte, dass du mich mehr in die oder die Richtung berätst, dann schwenkt die sofort um, dann ist die auch nicht beleidigt, sondern sagt, alles klar, dann machen wir das so. Da gibt es also auch keine Befindlichkeiten und das ist der Riesenvorteil. Also A, dass sie Fehler zugibt, wenn sie einen macht, dass man sie sogar darauf ansprechen kann, sie entschuldigt sich sogar. Auch da darfst du bei einem Therapeuten aus Fleisch und Blut eher mal länger warten, dass der einen Fehler zugibt und sich sogar entschuldigt. Das ist sogar sehr witzig. Also du kannst eine KI sogar an ihrer Ehre kriegen, also dass du sagst, ja, wahrscheinlich kriegst du das gar nicht hin und wahrscheinlich weißt du nicht Bescheid. Und witzigerweise, wenn du solche Formulierungen nimmst, gibt die sich noch mehr Mühe gefühlt, um dir zu helfen. Also all diese Tipps und Tricks habe ich quasi rausgefunden und in dem Buch zusammengefasst, dass jemand, der damit arbeitet, also wirklich sehr schnell gute Hilfe kriegt, aber auch geschützt davor ist, irgendwie in die falsche Richtung abzutriften und sich da was erzählen zu lassen, was nach aktuellem Stand der Wissenschaft nicht mehr gegeben ist. Ja, und die weitere Frage, die sich natürlich dahin anschließt, was glaubst du, wird es dann spezifische Programme dafür geben? Oder ich meine, derzeit, du hast ja getestet mit ChatGDP. Das ist ja auch eine API, also das ist ja auch was, das man im Hintergrund in jede App im Prinzip einbauen kann. Und ich unterstelle mal, dass viele User, viele Nutzer nicht damit umgehen könnten, wenn sie jetzt da große Anfragen stellen sollten. Also das sollte wahrscheinlich so easy, niedrigschwellig sein, wie irgendwie möglich, der Zugang. Es ist tatsächlich... Insbesondere, wenn jemand in einer Krise ist vielleicht, dann hat er jetzt auch nicht die Kraft oder Energie. Und so verstehe ich auch dein Buch irgendwo, das ist irgendwo so ein Missing Link, der so zwischen dem, was heute da zur Verfügung steht und dem, was wir eigentlich bräuchten, versucht, mit den Anleitungen, die du in dem Buch gibst, diese Verbindung zu schaffen. Vollkommen richtig. Darum geht es quasi gerade für Leute, die lange auf den Therapieplatz warten müssen noch oder die aber sofort Hilfe brauchen oder die vielleicht bisher das Pech hatten, nicht die Therapie gefunden zu haben, die ihnen gut tut. Dass die sofort was haben, wo sie sich dran wenden können. Und zwar mit einer Bedienungsanleitung. Die ist es so einfach wie googeln. Also wenn du das googeln kannst, also irgendeine Suchanfrage in ein Fenster eingeben kannst, dann kannst du auch mit einer KI arbeiten. Und im Endeffekt ist es tatsächlich JetGPT geworden. Ich habe alle Systeme getestet. Die haben alle Stärken, haben auch alle ein paar Schwächen. Aber für den psychotherapeutischen Einsatz hat sich JetGPT 4 und jetzt in Ansätzen auch die neue, die JetGPT 4O, als herausragend eingestellt und wirklich mit Abstand am besten für diesen Anwendungsfall. Und du beschreibst ja auch in deinem Buch unter anderem, was sind die Wirkfaktoren einer guten Psychotherapie oder ein Ablauf, wie er zu sein hätte. Absolut. Vielleicht möchtest du da kurz was dazu sagen für diejenigen, die das Buch jetzt noch nicht sich geholt haben. Lass mich ein Beispiel machen. Es gibt ja Menschen, die haben negative Glaubenssätze. Also die erzählen sich Sachen, die ihr Leben bestimmen, die aber leider nicht wahr sind. Oh, ich kann das nicht, das ist mir alles zu viel. Da bin ich zu alt für, da fehlt mir das Geld zu und so weiter und so. Liegt in der Familie, ist noch besser. Dann schiebt man es auf die Gene. Genau. Und in der guten Psychotherapie, auch in der kognitiven Verhaltenstherapie, ist es ja die Aufgabe, diese Glaubenssätze zu erkennen und aufzulösen. Das wird ja schon seit den 60er Jahren gemacht. So, jetzt ist das ein wesentlicher Teil, krieg erst mal mit, wo erzählst du dir was, was vielleicht gar nicht stimmt, was dich aber maximal beeinflusst, vielleicht schon seit Jahren und dafür sorgt, dass du dir das Leben unnötig schwer machst und dich in einer Art und Weise selbst programmierst, dass es immer schwieriger wird, in die Leichtigkeit und ins Handeln zu kommen. So, und da zum Beispiel gibt es ganz spezielle Custom-GPTs, also im Rahmen von GPT, der GPT, gibt es dann zum Beispiel kleine Custom-GPTs, die The Work machen, also diese Methode von Byron Katie, um Glaubenssätze zu erkunden, aufzudecken und so umzubauen, dass es dir im Leben leichter fällt. So, und allein die Qualität dieser Custom-GPTs, also wo du sagst, bitte mach das doch mit The Work und nutz das und das, also auch so einfach wie googeln im Prinzip, die sind so gut, also da war ich komplett geplättet. Also für die, die es nicht kennen, das sind ein paar Schritte? Das sind fünf Schritte, wo du deine Glaubenssätze erst mal erkennst und auflöst und schaust, sind sie denn wirklich wahr oder ist vielleicht das Gegenteil noch wahrer? Also ich habe jetzt den Glaubenssatz, ich bin zu schwach dafür oder ich bin zu alt dafür. Ich bin zu alt. Ja, ich bin zu alt dafür. Dann würde man, würde dich die KI erst mal fragen, ist das denn überhaupt die Wahrheit? Also erst mal, wofür eigentlich? Und du sagst vielleicht, um noch eine neue Ausbildung zu machen. Und dann würde dich fragen, kannst du hundertprozentig sicher sein, dass das so ist, wäre der nächste Schritt. Gibt es denn niemand, der in deinem Alter noch eine Ausbildung gemacht hat? Und dann, wenn du ehrlich bist, sagst du doch, eigentlich sind sogar noch Leute, die zehn Jahre älter sind, haben auch noch mal was Neues gelernt. Also dann sagt sie, okay, also können wir uns nicht hundertprozentig sicher sein, dass das stimmt, was du dir gerade erzählst. Und dann fragt sie dich, was macht denn das mit dir, wenn du dir das erzählst? Und dann, wenn du ehrlich bist, sagst du, na ja, es sorgt dafür, dass ich mich gar nicht erst um eine neue Ausbildung bemühe, dass ich frustriert zu Hause sitze und mich mit dem Job zufrieden gebe, der mich seit 20 Jahren unglücklich macht. Okay, also es sorgt dafür, dass du unzufrieden bist, unglücklich wirst und vielleicht auch noch schlecht verdienst. Ja, und dann fragt sie dich, ey, was ist denn, wenn du das nicht mehr denken würdest, was wären dann? Das wäre quasi die vierte Stufe von The Work. Wer wäre es so? Ja, dann würde ich mir vielleicht wirklich noch eine Fortbildung suchen, vielleicht sogar eine finanzieren lassen oder vom Amt oder was auch immer und hätte dann vielleicht in einem halben Jahr echt gute Chancen, noch mal was anderes zu machen und wieder rauszukommen aus meinem Loch. Und dann formuliere den Satz mal um, also ich bin zu alt, um noch was Neues zu lernen. Das ist die eine Möglichkeit, was das Gegenteil. Und dann sagst du, na ja, es haben ganz viele Leute, die noch deutlich älter sind, als ich auch noch was Neues gelernt und sind damit ganz gut gefahren. Und es fragt dich, was ist wahrer? Und wenn du ganz ehrlich bist, musst du zugeben, die zweite Variante ist wahrer. Dass du quasi den Glaubenssatz erkennst und auf intellektueller Ebene einmal umdrehst und merkst, Mensch, das Gegenteil von dem, was ich mir seit Jahren erzähle, ist viel wahrer. Und jetzt habe ich ja auch gerade festgestellt, was macht denn das mit mir? Es macht mich unglücklich, es macht mich zum Opfer. Und so schaffst du es, wieder ins Handeln zu kommen. Und das ist zum Beispiel, was ja in der Therapie stattfindet, was aber auch viel Zeit kostet unter Umständen. Und das kostet dich nichts. Das kostet dich im schlimmsten Fall 20 Euro für einen professionellen Zugang zu JetGPT im Monat. Also dafür zahlst du wahrscheinlich schon für das Taxi einmal zur Therapie mehr, als was du dafür im ganzen Monat zahlst und kannst es von morgens bis abends benutzen. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, wo KI echt ein tolles Tool sein kann, um dich in die Weiterentwicklung zu bringen. Spannend. Spannend und eigentlich so einfach. Ich meine, viele der Methoden, die in der Therapie angewandt werden, sind ja relativ simpel, wenn man sie sich einfach mal so vor Augen hält. Schau dir die ganzen Sachen von Vera an. Also das, warum Vera die Leute so begeistert hat, ihr Leben lang war, dass sie ganz komplexe Sachen auf eine ganz einfache Formel runterbrechen konnte, die zugetroffen hat. Und insofern, selbst wenn die Sky jetzt nicht schafft, genau den Duktus von Vera nachzumachen, weil der war schon sehr einzigartig und sehr witzig und die war wirklich eine tolle Persönlichkeit mit all ihren Ecken und Kanten, da kannst du aber doch sagen, ich möchte es so einfach, wie das die Vera F. Birken gemacht hat. Oder so humorvoll. Das kannst du ja alles als Qualität einfordern. Und vielleicht findest du ja auch noch andere Beispiele, wo du sagst, ja, da machst du doch so wie der und der. Und das klappt dann auch erstaunlich gut. Ja, und es wird solche Personas dann früher oder später auch geben. Also wie das dann juristisch ausschaut, ist eine andere Frage. Aber ich kenne zum Beispiel Gabe.ai, also GAB.ai, die haben tatsächlich auf ihrer Plattform, da kannst du unterschiedliche Charaktere, da kannst du einen Dialog führen mit Napoleon oder einen Dialog führen mit Obama. Also das sind vorprogrammierte Figuren mit deren Hintergründen, mit deren Texten hinterlegt. Du kannst mit Johann Wolfgang von Goethe diskutieren. Also auch bis zu Saddam Hussein, ganz unterschiedliche Leute. Und das ist auch spannend. Ich kann mir vorstellen, dass allein das schon jetzt auch als Lerntool sehr interessant sein kann. Absolut. Also die Stimme von Vera wäre überhaupt kein Problem, über KI schon nachbauen zu lassen. Das klappt ganz hervorragend. Und die Frage ist halt, ob diese Übers-Eck-Denkart und diese lustige Art, Sachen runterzubrechen, ob sie das schon kann, nach meinen Tests noch nicht. Und es wird immer besser. Ja, es ist ja, Vera Birkmiel hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie tatsächlich ganz unterschiedlichste Wissensgebiete hatte. Also von tatsächlich dem psychologischen, tiefen Wissen bis hin dann zur Kunst, bis hin zu irgendwelchen ganz absurden Konzepten von Star Trek oder so. Also sie hat dann das alles irgendwie kombiniert und am Ende ist was Geniales bei herausgekommen. Und sie hat halt viel getestet. Und ich glaube, dass das auch einer der Dinge ist, die auch ein Genie ausmacht, dass ganz viele Fehlversuche stattfinden dürfen. Ganz wichtiger Punkt. Spaß am Scheitern, Spaß Fehler zu machen, aus Federn zu lernen. Das ist ja die wichtigste Kompetenz, um besser zu werden. Und sprichst du auch eine ganz wichtige Sache an, mit denen in vielen Gebieten bewandert. Auch das ist ein Riesenvorteil. Wenn du zum Beispiel mit einem Burnout-Syndrom zur Therapie gehst, dann hast du vielleicht einen gut ausgebildeten Psychotherapeuten. Der hat aber null Erfahrung im Zweifel in Business-Coachings. Und solange du den Glaubenssatz hast, wenn ich nicht so viel arbeite, wie ich jetzt arbeite, dann kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen und dann muss ich meine Angestellten entlassen und dann bin ich total bankrott in einem Jahr. Wenn du da keine besseren Business-Tools hast, weil du das quasi nie gelernt hast, dann bist du außen vor als Psychotherapeut. Und für eine KI ist es einfach nur eine Frage mehr und sie springt aus der Rolle eines Psychotherapeuten in die Rolle eines perfekten Business-Coaches und haut dir da Tools um die Ohren, die richtig gut sind und die auch schon wirklich erprobt sind und erfahren sind. Was würdest du, also ich habe ja bei dir auch die Therapieausbildung durchgemacht, habe die erlebt. Was würdest du sagen, was zeichnet einen richtig guten Therapeuten aus? Wie geht der vor? Also wenn ich jetzt selber mir zuschaue, die vielleicht auch mit Coaches, mit Therapeuten zu tun haben, woran erkenne ich, dass das jetzt wirklich jemand ist, auf den ich mich verlassen kann? Oder dann auch bei der KI, woran würde ich erkennen, dass das jetzt gute Fragen oder gute Methoden sind, die du mit mir anwendet? Eine ganz gute Frage, auf die es auch eine einfache Antwort gibt. Er ist maximal flexibel. Also er versucht nicht diese zwei, drei Wissensschulen, die er drauf hat, dir überzuhelfen, sondern er ist flexibel und gebildet genug, um zu erkennen, was du brauchst, wie dein System ist, was du für eine Persönlichkeitsstruktur hast und er hilft dir im Rahmen deiner Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, ein echt guter Therapeut sagt nicht, sie sind therapieresistent, sondern der stellt so oft andere Fragen, bis er bei dir das erreicht, was es braucht, damit du vorwärts kommst. Also maximale Flexibilität ist der wichtigste Wert eines guten Therapeuten. Natürlich unterfüttert mit viel gutem Wissen, aber die Flexibilität ist das große Geheimnis. Es wird ja dann tatsächlich auch spannend, wenn dann so Geschichten wie individuelle Trancen erstellt werden können. Also wird das dann tatsächlich auf dein spezifisches Problem für dich eine Spezialmeditation oder Hypnose produziert wird von so einer KI. Das kann ja nicht mehr weit weg sein. Nö, das gibt es schon. Ja, eben. Ich denke mir. Ja, das ist also irre. Und wie gesagt, du musst ja noch nicht mal in die Hypnose gehen. Ja, ja, es ist halt nur, es bietet sich an, weil es sehr obvious ist. Ja, kannst du sehr, sehr gut, gute Gespräche führen. Du darfst halt wissen, was die perfekten Prompts, die perfekten Formulierungen sind, um das Optimum rauszukriegen. Die habe ich auch alle in dem Buch aufgeschrieben. Wollte ich mal sagen, dafür gibt es den Missing Link, dein Buch. Genau, ja. Ich zeig es mal, dass es mal alle gesehen haben. Und ich habe es selber erst gestern gekriegt und sofern, ich bin noch ganz aufgeregt und stolz. Ich noch nicht. Ich habe dafür die digitale Version lesen dürfen, ja. Und deswegen sind all diese Prompts direkt, dass du die einfach nur abtippen kannst und dann kannst du quasi einer KI eine Rolle zuweisen. Und ich habe ja verschiedene Rollenmöglichkeiten im Buch, je nachdem, was du für eine Persönlichkeit hast, was du brauchst, was du wünschst. Das heißt, du kannst jetzt deinen Therapeuten nach deinen Bedürfnissen formen. Natürlich ist es wichtig, dass du jetzt nicht nur sagst, ja, red mir immer gut zu und sag, alles ist schon gut so und mir ist nicht zu helfen. Das würde ich in der KI im Zweifel auch machen. Das ist natürlich nicht die Idee. Also, wenn du quasi wegen irgendwas leidest und ein Problem hast, macht es ja schon Sinn, eine gute Lösung zu finden und da rauszukommen. Und da darf man auch mal deine Komfortzone verlassen. Und die KI macht es aber so gut, wenn du sie mit den richtigen Prompts dahin führst, dass das in einer Geschwindigkeit ist, die du immer gut gehen kannst und dann Stück für Stück vorwärtskommt in deiner die eigenen Geschwindigkeit. Und auch das ist eine Wahnsinnsqualität. Also gehst du nicht einmal die Woche oder einmal alle 14 Tage zum Therapeuten und was du in der Stunde bitte nimmst, war es halt, sondern du kannst jeden Tag mal fünf Minuten oder mal zwei Stunden reden, wie du es gerade brauchst, je nachdem, wo gerade der Schuh drückt. Und das finde ich einen Wahnsinnsvorteil, diese zeitliche und räumliche Unabhängigkeit. Und wenn ich jetzt tatsächlich Angstpatient wäre und sage, nein, ich habe wirklich Ängste, Panikattacken, früher hätte ich sie zu Klaus Bernhardts Kurs geschickt, Online-Kurs, wäre dann der nächste Schritt, dass es von Klaus Bernhardt jetzt dann irgendwann eine Klaus Bernhardt-KI gibt oder was würdest du jetzt raten? Ich habe jetzt, wir haben jetzt einen Zuschauer daheim, der sagt, ja, ich habe jetzt Angst, Panikattacken, soll sich der deinen Kurs kaufen, soll sich der eine gute KI suchen, soll der einen Therapeuten, der nach deiner Methode arbeitet, finden oder was wäre der Zugang? Also die Idee war ja erstmal Leuten, die ganz schnell Hilfe brauchen und vielleicht noch keinen Termin haben oder sie es vielleicht auch gar nicht leisten können, mal einen privaten Therapeuten zu buchen, dass man denen auch hilft. So, deswegen gibt es dieses Buch. So, und natürlich kommt jeder Mensch, ich gehe ja auch noch zu Kollegen, wenn ich irgendwie Fragen habe, ich mache ja auch Fortbildungen die ganze Zeit, weil auch ich brauche noch Input von außen, damit ich immer besser werden kann. Und wenn du dann sagst, jetzt habe ich es eigentlich verstanden, aber da und da hakt noch was, dann dürfen die Leute gerne meinen Videokurs sich holen, wo ich sie sieben Stunden lang nochmal durchführe oder auch eine Stunde bei einem unserer Therapeuten buchen. Das schließt sich ja gar nicht aus. Aber mir war es ein großes Anliegen, den Leuten, die jetzt quasi hoffnungslos sind, die irgendwo auf dem Land sind, wo es keine Versorgung gibt, die einfach gerade nicht das Geld haben, um sich mal einen Videokurs für 149 Euro zu machen, zu kaufen oder eine Therapiestunde, die vielleicht noch mehr kostet. Dass die sofort was haben, du kannst es ja kostenlos nutzen und erst wenn du sehr viel davon brauchst, zahlst halt 20 Euro im Monat. Und das werden dann doch noch die meisten irgendwie stemmen können. Und mir war es wichtig, den Menschen was zu geben, wo sie sofort Hilfe kriegen und eine Anleitung zu geben, wie diese Hilfe gut ist. Es repräsentiert dich, mein lieber Freund. Ich durfte dich über die letzten Jahre immer besser kennenlernen. Du bist einer, der gibt. Du bist einer, der Menschen Hilfe an die Hand gibt, Selbsthilfe ermöglicht. Danke dir dafür. Danke für dein neues Buch. Ich empfehle dir sehr, sehr gerne. Danke dir, dass du mich eingeladen hast und ich es vorstellen durfte. Sehr gern, mein lieber. Sehr gern, mein lieber. Freue mich auf weiteres. Und was möchtest du unseren Zuschauern, Zuschauerinnen noch mitgeben? Ach, einfach wieder Spaß und neugierig sein. Viele, also tatsächlich haben über die Hälfte unserer Bevölkerung noch nie mit einem KI-System gearbeitet. Und es wird nicht weggehen. Es wird innerhalb weniger Monate und Jahre die Welt dominieren und es wird nicht mehr ohne gehen. Und die einzige Frage ist, willst du jetzt den Kopf in den Sand stecken und in der Hoffnung, dass alles vorbeigeht, das wird nicht passieren? Oder willst du zu denen gehören, die sich das mit Spaß angucken, mit Leichtigkeit, mit Freude da rum experimentieren, auch um zu wissen, was kann das System, was kann es nicht, um auch geschützt zu sein vom Missbrauch und all den anderen Sachen. Also wir werden das nicht loskriegen. Und die einzige Frage ist, wollen wir es zu unserem Nutzen, zu unserem Vorteil nutzen oder wollen wir das anderen überlassen? Und mein Tipp wäre, nutze es, geh mit Freude und Leichtigkeit daran, spiel damit rum und idealerweise ist es ein Tool, das dir im Leben ganz vieles erleichtert. Und du bist geschützt auch vor Missbrauch, weil du jetzt weißt, was geht und was nicht geht. Das ist tatsächlich, und da landen wir jetzt genau wieder auch bei dem, was ja Vera Birkin wieder auch immer gesagt hat, du hast ja Unterschuldung, unter anderem auch die, zum Beispiel Manipulationsmechanismen Leuten beigebracht, wie man Leute manipuliert. Aber nicht damit die dann rausgehen und Leute über den Tisch ziehen, sondern damit auch du erkennst, was Menschen mit dir machen. Oder was du selbst mit dir machst, in deinem eigenen Kopf. Das ist ja die hohe Kunst. Und da sind wir eben bei dieser Selbstermächtigung und ich glaube, das ist der Zugang, den Vera kappert, den du lebst, den ich auch lebe mit meinem Kanal. Absolut, ja. Willkommen in der Lern- und Zukunft-Familie. Da bist du eh schon Teil davon, mein Lieber. Ich danke dir. Danke, mein Lieber. Ich danke dir. Alles Liebe in deine Richtung, alles Liebe euch daheim und unbedingt sich, zeig nochmal dein Buch, dein KI-Therapeutbuch holen, um eben sich da tatsächlich diesen Missing-Link, der das überhaupt erst ermöglicht, dass JetGDP zu einem guten Therapeuten wird, einsetzen zu können. Ab 11. September ist es verfügbar. Ab 11. September. Alles Liebe dir. Ciao. Danke. Mach's gut. Tschüss.